Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus 2. Timotheus 1, Vers 9. Und da lesen wir, er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Ich meine, wie viele Verheißungen in diesem Vers sind? Das ist viel. Also zuerst, er hat uns gerettet, erste Verheißung, und uns berufen, zweite Verheißung. Ganz zu ihm zu gehören, eigentlich die dritte Verheißung. Und dann, nicht weil wir es verdient haben, sondern aus Gnaden kommt noch eine Verheißung. Und dann, dass es sein Plan war vor Zeiten. Und dann auch noch, dass er seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat und aus Liebe. Also Wahnsinn. Ich finde, diese Verheißung habe ich noch nie so gesehen. Heute geht es erst einmal quasi als Verheißung so richtig anerkannt, weil ich danach gesucht habe. Und ich hoffe, dass du auch einfach da erbaut bist und das vielleicht nochmal liest. Und vielleicht auch davor und danach. Jetzt wünsche ich dir alles Gute für heute. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020